Über 100 Jahre Unternehmensgeschichte, voller Mut, Können und Erfindergeist. Wir sind BUS SMS Kanzler. Wir sind der Spezialist für thermische Trendtechnik. BUS SMS Kanzler ist einer der führenden Anbieter von Verfahren zur thermischen Trennung schwer handhabbarer Stoffe. Wir entwickeln und bauen Apparate und Anlagen für die Verdampfung, die Trocknung sowie die Verarbeitung hochviskoser Produkte. In der Dünnschicht Verdampfungstechnik sind wir weltweit die Nummer 1. Ob für die Lebensmittelindustrie, zum Beispiel bei der Produktion von Emulgatoren oder Omega-3-Fettsäuren, die Umweltwirtschaft, wie bei der Trocknung von Klärschlamm, die Polymer- und Faserindustrie, etwa bei der Herstellung von technischen Kunststoffen oder Textilfasern, im Pharmabereich, wie bei der Herstellung von medizinischen Wirkstoffen oder in der Chemieindustrie, zum Beispiel bei der Produktion von Lacken und Klebstoffen. Dank unserer einzigartigen Bandbreite an Technologien sind wir in der Lage, für jede Aufgabe die beste Lösung anzubieten. Von der Auswahl des Rotortyps für einzelne Apparate bis hin zu komplexen Anlagen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Konzepte. Von der ersten Idee bis hin zur fertigen Produktionsanlage. Schon bei der Planung haben wir die gesamte Prozesskette im Blick und durchdenken jeden Prozessschritt bis ins kleinste Detail. In unserem chemischen und physikalischen Labor prüfen wir verschiedenste Stoffgemische auf ihre Eigenschaften. Diese Tests sind die Grundlage für die Auswahl der geeigneten Technologien, um die komplexen Trennaufgaben unserer Kunden zu lösen. Auf Basis unseres langjährigen Know-hows entstehen mithilfe von Pilotanlagen in unserem Technikum innovative Prozesslösungen, die speziell auf die Produkte unserer Kunden abgestimmt sind. In der Zusammenarbeit unserer interdisziplinären Teams werden Kunden individuelle Komponenten anhand der Ergebnisse aus Labor und Technikum industriell umgesetzt. Als echte Spezialisten bündeln wir umfassendes Wissen über Apparate, Prozesse und Verfahren aus jahrzehntelanger Erfahrung. So entstehen bei uns besonders langlebige Produkte von herausragender Qualität und Zuverlässigkeit. Wir bei BUS SMS Kanzler stellen jeden Tag unser Können im Bau verfahrenstechnischer Schlüsselkomponenten unter Beweis. Unsere hohe Präzision und Wertarbeit, Made in Germany, überzeugt renommierte Unternehmen auf der ganzen Welt. Und erst wenn unsere nach international anerkannten Standards gefertigten Apparate und Anlagen unsere strengen Qualitätskontrollen bestehen, werden sie zur Auslieferung freigegeben. Bei uns arbeiten tagtäglich über 240 hochqualifizierte Mitarbeiter mit großem Engagement an der Entwicklung und fristgerechten Fertigstellung innovativer Produkte. Sie sind der Garant für unsere zufriedenen Kunden. Nur wenn wir gemeinsam neue Herausforderungen meistern und unser Know-how weiterentwickeln, können wir auch zukünftig als weltweit tätiges Unternehmen bestehen. Das ist thermische Trenntechnik. Das ist BUS SMS Kanzler. Werde auch du Teil unserer Zukunft. Werde Teil von BUS SMS Kanzler. 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 Untertitelung des ZDF, 2020